Musik Mein Erwachter sein? Was sind Erwachte? Erwachte sind, ähm... Von den Zeugen Jehovas. Wacht endlich auf, Schafe! Nee, das ist kacke. Ja, ich nehm so einen Erwachten. Ist auch gesunde Hautfarben? Das ist ja meine Mission. Soll ich die nicht hier machen überhaupt? Das ist eigentlich deine Mission. Freue mich auch schon länger. Nee, der Mensch braucht so 1-2 Kilo Magerquark pro Tag. Das empfiehlt auch die WHO. Also wenn ich den Ardruf und frage, aber 1-2 Kilo Magerquark... Genau, ruf mal die... Der Typ ist einfach mitten in mein Gesicht gelandet. Ruf mal die... Ah! Du musst übrigens nicht dieses große Ding töten. Du musst nur die... Deinen Bots drumherum. Ich will ein ganzes Fakazin auf der Dinge wallert. Alles klar, danke. Bungie! Soll ich von Tobi Star grüßen? Wer? Aua! Au! Aua! Das ist doch der Mann, den ich gesucht habe. Ey, du siehst aus wie ich! Grüß dich! Kann ich was für dich tun? Kann ich was für dich tun? Ja! Du blöd Mann, du kleiner... Ach, hi Felix! Hi! Aber er noch Blume kaufen. Ja, jetzt zu spät, jetzt zu spät. Tut mir jetzt leid. Ich kann da nichts machen. Das geht einfach los. Das ist die Regel. Ich hab's nicht so mit Regeln. Ich hab's nicht so mit Regeln. Denn sie bauten auch Rasputin. Ra, Ra, Rasputin! Na, 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 na. Rush to Squirrel is Love Machine. Destiny 2. Erweiterung 2. Kriegsgeist. Läu... Luca! Bitte! Ich brauch gar nicht überlegen, wer das eine Dreieck da ist. Ey, das gab's kostenlos dazu, ja? Verlösch dich! Bruder, ich will jetzt spielen, aber mir nicht dich. Wahrscheinlich gerade Ladebildschirm, ne? Boah, das ist ja echt der Mars. Lass den noch leben da. Ey, die werden jetzt ultramäßig gefickt. Gefickt, ja! Was passiert bei uns? Eis im Schatten. So, wo seid ihr? Hi, hi Leute! Grüß euch! Moin! Mir nach! Ja, mein Kind, der Kutscher kennt den Weg. Braucht man das? Ist das Kunst oder kann das weg? Oh, ein Hauf von Tüll. Ja, ein Haufen Müll! Peng, peng! Ballern! Ballern? Wo ist Ole? Wo ist Ole, wenn man ihn mal braucht? Tobi Star sagt sich, ich scheiß auf alles. Ich bin reich! Und ich scheiß auf alles! Zack! Zack! Bats! Boah, ist das der Mars? Wo ist er denn da hinten? Kollege Schnüsch, ne? Ja, die schießen! Nein! Die schießen, Tobi! Hey, die sollen mal aufhören! 5, 2, 45 wird jetzt zurückgeschossen! Bats, Alter! Seid ihr gesehen? Oh leu, wer ist er denn? Oh leu, wer ist er denn? Ja, nice! Boah, cool! Ja, easy! Das war gut, das war stark! Ah! Guter Punkt! Ah, ich habe aufgemacht, alles gut! Pilgerreise! Hellas Becken! Meint ihr, sie hat ein sehr gebärfreudiges Becken? Boah! Ey, die finde ich aber nett soweit eigentlich! Lass mal nichts gegen die machen! Ja, okay, dann lass mal nichts gegen die machen! Ich glaube, die machen was gegen uns! Hast du jetzt auch Gewaltfantasien und möchtest das in Real Life ausleben? Ja, auf jeden Fall! Halt schon Bock so... So eine Schule abzuschlachten! Ist halt doof bei Homeoffice, ne? Oder bei Homeschooling! Stimmt, gehst du in die Schule, bist doch der Einzige! War früher auch mal einfacher! Du bist Clovis Brain! Nein, hier ist Patrick! Ich laufe einfach Tobi hinterher! Ja, wie auch im echten Leben! Oh lol, die ist einfach ausgewichen! Einfach Lillen am Start! Entschuldig! Tobi knackiger Arsch, ne? Danke! Ich verstehe das nicht, kann ich es trotzdem essen? Felix hat dich gerettet, Alter! Gerettet, det, 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 det! Müsst mal so, mal so... Besitzender Käpt'n, Alter! Roger ist schon wieder unterwegs, oder wat? Tobi star hat eine Sperre des Lichts erzeugt! Eine? Ahm! Oh, nette Höhle! Danke! Danke, hast du die gemacht? Meine Lustgrotte! Wo glaubt ihr, verläuft die europäische Todeszone durch welche Länder? Holland und Polen! Hälfte leben? Ja, hab ich dir gegeben, oder? Tobi? Hehehe! Stell dich mal her! Hey! Dahin soll ich mich stellen, oder? Herr Herbst! Immer druf! Immer druf, ruft die Olga! Oh, das ist ein großer, das ist das... Hasta la vista, Baby! Das war ein großer! Aha! Au, 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 au! Ich bin sehr froh... Hallol, ihr Opfer! Ne, habt nicht! Zeit, dass wir einem Gott den Krieg erklären! Wir müssen Gott den Krieg erklären, klar! Ach ja... Ja, easy! War gut! So, und! Alles günstens